Hola! Unsere Gruppenleise Lanzarote hat sich verschoben. Wir fliegen jetzt neu am 30. April für eine Woche. Ich werde nach wie vor Ihre Reiseleitung sein. Wir fahren gemeinsam an den Flughafen, begeben uns dann auf diese wunderschöne Insel in unser traumhaftes Hotel, haben ein paar Ausflüge vor Ort, machen Yoga und ich würde mich freuen, wenn Sie Zeit hätten. Es sind noch Plätze frei. Wir sind gerne für Sie da. Melden Sie sich jederzeit.